Mein Name ist Heiko Möller, ich bin Geschäftsführer der Sauter Feinmechanik in Metzingen. Wir sind spezialisiert auf Werkzeugträgertechnik, insbesondere Werkzeugrevolver und Tooling. Sie sehen im Hintergrund einen Revolver, der sowohl die Vorteile des Direct-Rise ausspielt, sprich die Werkzeuge werden direkt mittels eines Synchronmotors, der in der Scheibe liegt, angetrieben. Dieser selbe Motor wird verwendet für den Schwenkantrieb des Revolvers, zum Schwenken der Scheibe. Und wir haben einen zweiten Motor am Revolver, der für die Verriegelung der Herzverzahlung da ist. Somit haben wir ein rein elektrisches Produkt, das sich für die Zukunft perfekt eignet, um eine Drehmaschine auf den Markt zu bringen, ohne Hydraulik.